Hallo, hier ist wieder Ingrid und ich möchte euch heute mal nicht aus dem direkten Jugendseelsorgedienst etwas erzählen, sondern in eigener Sache. Das ist ein Rezept, was ich euch geben möchte, wenn ihr gute Freundinnen habt. Wenn du gute Freundinnen hast, kannst du auch mit ihnen beten. Und das ist so etwas Wertvolles und davon möchte ich euch jetzt erzählen. Ich habe gerade jetzt 40 Tage Gebet mit vier Freundinnen hinter mir. Und das ist so eine segensreiche Zeit gewesen. Mit jeder Freundin habe ich zehn Tage nahtlos am Stück gebetet. Und wir haben mal nicht an die anderen gedacht, wir haben einfach nur mal an uns gedacht. Mit jeder Freundin zehn Tage. Sie hat ihre Probleme genannt, ganz im Vertrauen unter Freundinnen. Und ich meine Probleme. Und damit ist mir auch etwas zugute gekommen, sogar 40 Tage. Und so hat eine Freundin für die andere Freundin nach Verheißungen, nach göttlichen Verheißungen gebetet. Wir bringen unsere persönlichen Anliegen vor Gott. Und das hat etwas, so wertvoll ist das und so hilfreich und so segensreich, ich kann es gar nicht genug beschreiben. Dieses möchte ich euch empfehlen. Und wir beten nach Verheißungen, die in der Bibel stehen. Zum Beispiel Jeremiah 33, Vers 3, eine meiner Lieblingsverheißungen, wo es steht, Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Oder es steht in Markus 11, Vers 24, wo es heißt, Und da antwortete Jesus und sagte zu ihnen, Alles, was auch immer im Gebet ihr erbittet, glaubt nur fest, dass es euch zuteil werden wird. Oder Psalm 13, Vers 6 Es ist etwas so wertvolles, dass man sich auf göttliche Verheißungen berufen darf. Und dann warten wir, dann hoffen wir, bei extremen Situationen fasten wir auch, legen wir einen Fastentag ein. Und wir danken Gott im Voraus für das, was er an uns tut. Und dieses Danken ehrt ihn, denn er sieht, dass wir ihm fest vertrauen. Und ich möchte einfach das euch als Beispiel geben, dass ihr wisst, wie es ist. Diese Erfahrung sollt ihr selbst machen. Wenn dir das Wasser bis zur Oberlippe steht, das Wasser der Sorgen, macht das. Such dir deine Freundinnen, bete, mit wem du es tun kannst. Und du wirst erfahren, musst es selbst erfahren, was Gott durch diese zehn Tage tun kann. Und das wünsche ich euch. Und das wünsche ich euch. Und das wünsche ich euch was. Und ich danke euch. Und das wünsche ich euch. Und ich gucke euch, wenn ihr euch lieben könnt. Đây ist euch auch eine schöne Welt, wenn du diesen Tag geben kannst. Und das wünsche ich euch. Und das wünscht euch. Und dann bin ich euch. Vielen Dank.